Er klettert da. Natürlich, er klettert da, wo noch 4% sind. Ihr seid schlecht, wenn die da oben stehen, weil dann sterben die nämlich alle. Die schauen lustig aus, aber das ist unangenehm. Kann ich nur davon abraten. Ah, er klettert hoch. Hat einen riesen Erfolg, es leben nämlich nur noch 18. Bei mir leben aber noch alle. Na kommt schon. Schmeißt eure Seite hoch, dann lauft. Solange ich nicht dann wegen ihm sterbe. Hoch damit. Wunderbar. Und jetzt schnell. Oh. Moment, die nimmt meine und ich nehme jetzt das Ding, oder was? Läuft's jetzt echt so? Ähm. Er geht das, was ich gemacht hab. Also das, was jetzt sicher ist und ich soll seinen Scheiß nehmen. Nein, er nimmt's nicht. Intelligent. Was war meine denn, dann? Sie sind noch frisch, also rennt. Ach, die klettern jetzt bestimmt auch da hoch. Irgendwie leuchten die komisch, die Haken. Seltsam. Ach, kommt schon. Das ist echt so schwer. Ach, und er geht nach unten. Ach nee, er flieht. Ja, er flieht vor ein paar Bauern. Ach, meine Fresse. Bin ich wieder auf mich alleine gestellt. Na klar. Ja, ein bisschen Hilfe wäre jetzt nicht schlecht. Ah, jetzt bin ich wieder ganz alleine. Boah, was für ein Glück, dass ich da jetzt drauf war. Mein General ist tot. Ja. Warum geht der weiß erster nach oben? Das kann ich gleich vergessen. Ja, sie fliehen. Ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht gewesen. Oh, toll. Wir sind viel stärker, aber was weiß ich, warum jetzt meine plötzlich alle fliehen. Klar, General tot, aber ist das so schlimm. Kommt schon, ihr besiegt den doch. Bitte, wenn das nicht ausreicht. Vielleicht habe ich meine Einheiten bald wieder. Dass die mal aufhören würden zu fliehen. Und, ist der Gegner... Nein, noch nichts. Natürlich, mein Kumpel stirbt wieder. Können meine jetzt aufhören zu fliehen. Ich brauche euch noch. Hört doch auf zu fliehen. Ich brauche euch noch. Ihr seid doch noch... Ach, 45. Ihr wärt noch so schön viele gewesen. Schade. Gut, spulen wir vor. Wir haben eh verloren. Unser Kumpel ist zu dumm. Und ich hatte zu wenig Einheiten. Aber ich hatte auch nicht mehr. Ein Versuch war es wert. Ich kann nicht spulen. No. Was hat denn der noch? Klar, nur noch die Kanonen. Das ist unser Ende. Es wäre so schön gewesen. Wäre es doch nicht so dumm. Gefecht abbrechen. Knappe Niederlage. Alles klar. Alles klar. Ich brauche mal einen richtigen Kampf. Nicht so kleine Mini- Schlachten. So wie vorhin. Okay, ich war eigentlich immer overpowered. Außer jetzt. Ich hatte nur 100 Menschen. Und als erster von denen ist die General gefallen. Äh, ja. Was hätte ich machen sollen? Äh, Moment. Wie viele hatte ich aufgestellt? Das waren 100. Zählte da meine Freunde auch noch zu Deutschland dazu? Mhm. Okay. Immerhin. Natürlich. Wohin zieht er sich zurück? Mitten ins feindliche Gebiet. Ich habe sonst nichts zu tun. Das Leben aber nicht mehr viele. Ja, jetzt können meine Reiter auch nichts mehr ausreiten. Ja, ausrichten. Moment. Ich schicke euch dorthin. Euch. Dort hin. Und euch. Ha, die Stimmung ist jetzt schon schlecht. Nächste Runde. Sage ich nur. Wird dieses Ding hier. Sowas von drauf gehen. Jedenfalls die Leute dort. Und meine Städte. Verkokeln. Ähm. Schlecht. Richtig schlecht. Diplomatische Beziehungen. Nochmal hier in der Übersicht schauen. Ob es was gibt. Das Neues Hannover. Ich will nicht mehr im Krieg sein. Kurland. Es ist eigentlich nicht viel. Venedig ist auch nicht viel. Ach, da unten haben die was. Oh ja, sehr viel. Württemberg. Feindlich, aber im Handel. Genial. Äh. Ah ja. Könnte ich bauen. Forschung und Technologie. Wies mal. Wo ist denn das? Äh, hier. Kann ich natürlich nicht reparieren, denn es kostet... Oha. Viel zu viel. Nein, dann kann ich das auch nicht reparieren. Na. Wo ist es denn? Nee, ich will... Keine Reparatur notwendig. Achso, das funktioniert ja auch. Ja. Alles extrem teuer. 1260 hatte das gekostet. Äh. Nächste Runde. immerhin das oben gehört wieder mir ich krieg wieder steuer meine leute sind relativ zufrieden das ist alles gut der schleicht sie natürlich vorbei oder natürlich schleicht er sich vorbei ja ich habe das verloren hätte ich jetzt nicht gedacht dass eine rebellion ist macht er auch das heißt ich werde das nächstes das wieder verlieren da könnte ich es doch wagen automatisch zu machen